So ist es wie ihr, ist es gut, schau. Das ist super. Komm, komm. Schau, es ist ein Snook in der Wasser. Okay, los geht's. 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 Okay. 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 Hier mogen die nicht heen, hier mogen die nicht heen. Hier muss man hier zwischen den bomen durchwiggeln. Aber ich habe Heintje auf der Bein gelegt, ich weiß es nicht mehr. Er hat echt gute Tipps. Ich muss hier nicht mit dem Peddeln aufhören. Vroeger lag hier noch ein Steen, wo du jetzt mit dem Fuß steht. Es scheint, als ob du hier in den Mitteln musst. Anders werden wir schlappen. Ja, hier muss man... Zie die Taken liegen da unten? Ist das nicht f***ing touchy? Ja, die Taken... Oh, jemand hat hier auch schon seine Bar hem eraf gereden. Tegen die Baum. Man died. Ja, ihr sieht die Stok toch liegen? Hier rechts. Achter zie je so ein Steentje liegen. Aan der linkerkant. Daar muss man einfach überraden. Ja. Rijm einfach ein bisschen vor. Was ihr denkt? Dass ihr ihn eerst habt? Ja, dann schauen wir wie es geht. Ja! 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 Ja... ja buddy ja buddy come on brian Ja, Mare! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist die famous rock drop. Ja, aber wenn du dich nicht kennst, dann bist du hier. Daher stopt ich. Was ist das? Das ist ein Roller. Und dann da, rechts, links. Dann zie ich die Balken da liegen. Ja, die ist auch geil. Du kannst da über die Balken heen gappen. Aber ich weiß nicht, ob wir das erst mal wieder machen müssen. Das ist die Balken. Die da ligt. Die bomen. Das ist so schön. Bis dahinter, adventaisبة. Und jetzt werde ich nach 13��� nach 15OL. Huo. Hall. Das war ein bisschen sketchy. Ich casede ihn. Da kommt jemand an, ich muss oben. Was ist denn hier? Warte auf, da kommt jemand an. Warte auf, da kommt jemand an. Es ist Theo! Yeah, boi! Yeah! How to cook? Step 1, chips. Avocado with chips and hummus. Beetje meis dabei. Komi van de eeuwen. The Sandwich of Dreams. Look what's inside, bro. Five minutes later. Purp purp. Waaah! 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 Lauf! Lauf! Oh f***, sorry! No way! Welcome in Belgium. I clip my pedal in the very tight rocks. Oh yeah. And I almost went over the bar and I cut the line. Yeah, I heard some trees. Yeah boy! Do you have it overleefed, guys? Janne, too. I don't think he had any of these things. What do you think about today, Melvin? That's so beautiful. What do you have to say, Brian? Little big knee. Little big knee? Little chunky knee. Little chunky elbow knee! Yeah! Oh, legger! Yeah! Bye! Have a great time! Bye! Bye!